Wartest du jetzt? Hallo, herzlich willkommen bei Jan und Mobsi. Heute machen wir eine Challenge, wer sich länger im Kreis drehen kann. Wir fangen jetzt einfach so ohne weiteres an. 1, 2, 1, go. Ich bin umgewinnt, ich bin noch verzeihend. Ich bin furchtig, wenn ich bin vorgegen. Ich bin auch wieder toll und dann gedreht. Du gehst immer weiter hier hin. Maxi hat gewonnen. Maxi hat gewonnen. Maxi hat gewonnen. Jeder hat drei Versuche und dann zählen wir später alle Sekunden zusammen. Und wer am meisten hat, hat gewonnen. Okay, machen wir. Okay, wir machen jetzt noch zwei weitere Challenge und los. Versuch zwei. Jan. 1, go. Maxi hat den armen Gesicht. Maxi. Maxi ist besoffen. Die Lache ist voll anstecken. Und wer lachen darfst du? Lieber Flüchel. Nein, ich lache jetzt. Hier ist ein Käfer. Also, ich kann nicht mehr zu arbeiten. Kann ich wegmachen? Ja. Na? Wir machen jetzt die letzte Runde, steht 2-0 für den da. Für den da. Ja, wir machen jetzt weiter, weil mir jetzt so schlecht ist, ich mache noch weiter. Der kotzt hier. Wie so ein Gorilla. Man kann es völlig nicht mehr halten, wenn man seinen Arm auskriegt. Er kommt immer weiter hier hin. Hey, guck mal, jetzt ist man so voll langsam, ne? Und jetzt? Nein, nein, du musst die ganze Zeit so bleiben, wenn man sich immer schneller von alleine. Wenn man beschleunigen will, kann man die Arme so machen. Ja, du kommst immer weiter hier. Ich kipp gleich um. Ja, vielleicht schaffe ich ja noch 20 ein. Dann ist es nämlich so hoch in der Lage. Boah, das kann ich nicht mehr. So schnell nach, dann. Wo ist die drüben schon die ganze Zeit in die eine Richtung? Dann gucken wir die andere. Boah, wie das kann. Man dürfen wir nicht. Dann guck mal, Maxi hat. Kipp um. Komm, Maxi, mal auf, bitte. Ihr habt beide schon aufgehört. Kann ich wegmachen? Boah, ich weiß nicht. Ja, Maxi hat 3-0 gewonnen. Ja, ich hab 3-0 gewonnen. Ich hab's nie geschafft, länger als Maxi mich zu drehen, aber ja. Okay, jetzt hat Maxi schon zwei Challenges hintereinander gewonnen. Die Bach-Challenge und diese Dreh-Challenge. Jan kriegt jetzt auch noch eine bestrafen. Hä, was denn? Jan, du musst mir doch ausdenken. Ja, okay. Also Jan kriegt jetzt die bestrafen. Jan hat sich jetzt dann selbst auf dem Kopf. Jan kriegt jetzt die bestrafen, dass er 5 Sachen essen muss. So ein komisches Holzstück. Ich bin ganz... Ich denke, er muss den Kopf. Okay, das reicht. So, das war's jetzt mit unserem... Nein, 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 nein. Jan muss jetzt noch Sand essen und noch eine Sache.